wisst ihr was schlimmer ist als irgendwelche programm speicher probleme wo dann das programm sagt wie zu wenig speicher verfügbar mach irgendwelche programme weg damit ich mehr speicher habe genau das da will man mal ganz in ruhe das schwarze auge sternenschweif installieren und plötzlich bei der dritten diskette kann er einfach die diskette nicht lesen ach dabei wollte ich mir dieses spiel mal unbedingt gerne ansehen aber was kann man da tun ich wüsste was in unserem beispiel wollen wir die dritte diskette des pc-spiels das schwarze auge sternenschweif von 1994 sichern für diesen fall brauchen wir natürlich eine ersatzdiskette kleiner nachteil den schönen direktdruck kann man sich nicht rüberholen die original diskette wird in ein diskettenlaufwerk eingesteckt bei neueren pcs genügt auch der einsatz eines usb diskettenlaufwerks das programm welches wir zum sichern dieser diskette nutzen nennt sich road kills unstoppable copier es wird zwar seit jahren nicht mehr aktualisiert macht aber genau das was wir wollen man sucht die entsprechenden installationen raus und lädt diese herunter und keine sorge die windows 8 version funktioniert auch unter windows 10 so sieht das programm aus bei source nehmen wir den laufwerksbuchstaben des diskettenlaufwerks in dem fall a bei target muss allerdings noch extra ein ordner irgendwo angelegt werden und der speicherort im programm eingetragen werden in den settings kann man noch nachschauen welche optionen man gerne aktiviert haben möchte aber die standardeinstellungen sollten genügen besonders wichtig ist der schiebeschalter wir wollen natürlich die bestmögliche sicherung haben mit einem klick auf copy geht es auch schon los das programm kopiert nun alles von der diskette auch die corrupt bytes die uns eine vollständige installation verwehren wenn alles fertig ist müssen die dateien nur noch auf die ersatz diskette diese legen wir ein kopieren die ganzen dateien und ab auf die diskette nun der große moment wird er die ersatz diskette akzeptieren ja er will jetzt die vierte haben es funktioniert für das volle spiel vergnügen steht nun nichts mehr im wege die effektions Untertitelung des ZDF, 2020